Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen, wundervollen, geilen Folge Dead by Daylight mit der wunderbaren, tollen Yashmin. Hallo. Hallo. Ja, weiß nicht, ob ich es so gut finde, dass wir hier auf dieser Web gestartet sind, wobei, als Survivor geht das ja eigentlich noch, oder? Upsala. Spesterste. Ich bin gerade gegen einen Maschendrahtzaun geknallt. Maschendrahtzaun. Ich sag's falsch, von Stefan Raab. Kennst du das Video? Mh-mh. Oh, muss ich den mal schicken. Oh nein, er hat ein wunderschönes Totem mit. Herrlich. Der ist so weit, ne? Das ist lustig. Was macht der? Keine Ahnung, der läuft hier rum, bleibt hier stehen mit mir, jetzt brennt Totem. Ich zeig auf den. Vielleicht nimmt der Giller den, ja. Okay, ich such das brennende Totem. Oh, ich hab's gefunden. Mh-mh. Eine Minute und direkt gefunden, jetzt kommt er zu mir. Oh nein. Pass auf. Jetzt willst du noch reingucken. Pass auf. Kaboom. Er lässt mich nicht mehr raus. Er lässt mich nicht mehr aus dem Schrank. Blockt er dich? Ja, er macht die ganze Zeit den Schrank auf. Böser Boy. Was machen wir hier? Der läuft auch so ganz cool. Jetzt zuckt er sich wieder. Wie kann man dann cool laufen? Ja, so ganz langsam so. Ah, diese Zeitlupe. Oh fuck. Komm her. Putt, 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 putt. Dass du dir die da hechelst. Ah, nee, du bist der gar nicht. Putt, 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 putt. Wo ist der? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, warum ist der immer an meiner Backe? Ich will ihn gar nicht. Komm, der war doch noch dort in diesem Haus. Ich glaube, er hat Geflüster mit oder so. Hm. Ich habe das fast gar nicht mehr mit. Na, Geflüster verwirrt mich immer so. Ja. Also ich freue mich immer dann, wenn ich nur noch ein Survivor brauche, dass ich Geflüster mit habe. Wo ist der? Oh nein. Oh, Kurwa. Ah, unnötig. Der war ja, was ist das für... Das ist wie eine Klette war da die ganze Zeit bei mir. An mir, auf mir. Nee, auf mir nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Er hat Eisener Griff mit. Ja, mag dich. Ja, ich glaube auch. Das ist so ein Scheiß hier, wirklich. Oh, er hat schöne bläuliche Augen. Hm. Rote finde ich aber schön. Oder pinke. Pinke wären geil. Pinke. Oder dass du das einfach mal selber einstellen kannst. So von wegen, was dir gerade, auf was du gerade Lust hast. Ja, ja. Ja, oder? Ich finde auch... Mein Gott, kannst du mal aufhören zu campen, Jung? Ich finde auch, dass Blau jetzt nicht so jedem Killer passt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee. Naja, ich finde zum Beispiel ihn jetzt, das ist jetzt nicht so besonders. Aber beim Doktor sieht das mega geil aus. So, ich hoffe jetzt einfach mal, ich bekomme... Borrow Time. Ich bekomme Borrow Time. Das bin ich übrigens, du Nase. Ah! Oh, was bist du für einer. Du kleiner Pimmelkopf. Der will mich nicht. Ich glaube, der Killer ist krank. Oh nein, ich bin in der Palette. Verpackt. Das gibt's gar nicht. Fuck. Fuck, ich bin... Oh nein, ich hab ja... Ich bin so blöd, Alter. Ich bin so... Nein, du bist in der Palette. Du bist in der Palette. Nein. Oh, ich hab nicht auf die... Oh, ich bin ein bisschen... Ballaballa im Kopf noch. Ich hab überhaupt nicht auf den Timer geachtet. Gar nicht. Gar nicht. Null. Oh mein Gott. Wenn du so einen Irren hinter dir hast, naja, kein Wunder. Ja, und du chillst da so ein bisschen in der Palette? Ja. Ja, faul. Oh ja, er kommt, er kommt. Ja. Junge, hol mich. Junge, hol mich. Hol mich. Hol mich. Hol mich. So, ich möchte jetzt gerne woanders hin. Oh nein. Oh, jetzt lässt er dich nicht gehen. Och, er ist schon wieder wie so ein Irrer hinter mir, ja. Lass mich in Ruhe, du stinkst. Vielleicht hat er ein Weihnachtsgeschenk für dich. Vielleicht ist es ja der Weihnachtsmann. Jetzt hab ich schon wieder Herz schlagt. Ich hab das Gefühl, ich lauf dem Killer komplett immer in die Arme. Da ist er übrigens. Ah! Oh. Daneben mein Schorn. Der will ich aber haben, ne? Ich beobachte das, beobachte das auch aus einer, aus einer schönen Ferne. Ah! Nein! Ich hab Entschuldigung, Jack. Pass auf. Ich pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh nein, ich hab mich nicht vergessen. Scheiße. No, fuck! Er hat Eisnergriff, ich hab's total vergessen. Und ich bin ja gleich tot. Er rennt dir hinterher. Nö, er bleibt bei mir. Ja, er ist ein kleiner Camper. Camperboy. Ich drehe mal eine Runde. Wie ich an meinem Haken hier rumwackele. Hä? Wo ist er denn gerade? Er gammelt hier rum und jetzt kämpft er mich. Jetzt rennt er mir wie in den Oberhinterher. Wo ist er denn? Er kommt jetzt, ist in der Kurve. Oh, geh weg, du Mann! Du was? Du, 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 Mann! Oh nein! Nein! Bin heute nicht in meinem Element. Ja, ich irgendwie auch nicht. Irgendwie, ähm... Ich weiß auch nicht, dass, dass... Also ich hab das Gefühl gehabt, der Killer war gerade permanent bei mir in der Nähe. So wie jetzt bei mir. Ich bin Camper, ja. Ja, so leicht, ne? Also er braucht... Oh... Oh Mann, Alter! Ich bin... Ich bin... Er schmeißt mich heute weg, ohne Wiss. Mich aber mit hinterher, bitte. Ja, das ist sehr unmöglich, wie ich heute spiele, Mann. Bitte heim mich. Der ist aber nett. Der ist noch nicht mal gut, Mann! Dankeschön. Warte, das kommt ja gut. Mal gucken, ob ich von ihm wegkomme. Komm, ich bin doch nicht so scheiße, Mann. Nein. Killer ist scheiße, nicht du. Der kämpft. Das musst du immer so sehen. Fuck! Nein! Nein! You don't! Ich hab... Ich bin... Das gibt's doch nicht. Ich hab Leertaste gedrückt. Ich schwör's dir, ich hab Leertaste gedrückt. Echt? Oh Mann! Echt? Oh Mann! Das gibt's doch nicht. Oh, das ist ärgerlich! Oh, das ist ärgerlich! Oh, das ist ärgerlich! Ich bin tot. Tschüss, ne? Ja, schön war. Schön mit euch. Ich hab Leertaste gedrückt und dann hat er mich noch bekommen. Der war... Guck mal, mein Einsatz. Dead by Deadline. Ich liege dich! Nee, war jetzt einfach... War blöd von mir. Ich... Ich bin... War vielleicht noch... Nee, nee. Keine Ahnung. Tschüss! Dead by Deadline. Ich schau dir zu. Oh! Oh, wie ärgerlich! Wirklich! Okay, guck mal jetzt. Set right. Warte? Ich bin in den Schrank rein. Ich glaub, er möchte gerne das... Jetzt geh ich wieder rein? Dann musst du mich abholen. Ja, du musst hier hinkommen. Komm her. Hol mich bitte. Okay, ich komm ja. Warte. Ich glaub, der... Es ist doch nicht so viel Spaß. Jetzt werde ich doch kommen. Fuck! Knallhart! Knallhart! Mach der einfach den Generator weiter. Finde ich gut. Aber vorhin nicht. Hm. Ja, nee. Aber du das mit der Portion... Die Palette da, das eben sehe ich nicht ein. Das war... Definitiv unfair. Das ist nochmal, wenn man hinter der Palette steht und dann die umschmeißen will und dann bleibt unten irgendwie so hängen. Obwohl das... Es stockt so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Das ist genauso wie mit dem Hallen. Wenn du dann auf einmal vor der Palette hallst... Oh! Entschuldigung, sie hat Entscheidungsstack geschafft. Wow, geil. Gerade aussieht, da ist noch eine Palette. Oh, sie hat Adrenalin! Oh mein Gott, hat sie ein... Oh mein Gott, hat sie Glück. Das war aber jetzt auch gut, dass ich dich denn angemacht habe. Mhm. Oh Gott. Oh, es leckt. Ja. Ja, ich habe auch vorhin das Gefühl gehabt, dass das Spiel nicht so flüssig läuft. Also ich kann es nicht erklären, so minimal... Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach Scheiße gespielt. Einigen wir uns darauf, dass ich Kacke gespielt habe. Mhm. Doch, doch. Okay. Er ist dem Dwighty-Boy hinterher. Was macht unsere Claudette? Ich weiß nicht. Sie traut sich nicht, einen Ausgang anzumachen oder so? Äh, anzumachen vor allem. Dann machen wir einen Ausgang an. Hier, Jasmin ist dabei. Sie macht gerade den Ausgang an. Mhm. 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 Ich habe gewartet, bis du es merkst. Immer wo gut. Äh, eventuell, ähm, meine ich damit auf. Aber gut, ne. Du hast eine Taschenlampe. Oh mein Gott. Jetzt hat es wieder gelackt. Okay, interessant. Oh ne, sie läuft direkt zum Ausgang. Lol, was war das denn? Äh, ich habe dir jetzt überhaupt... Nein, da habe ich leider nicht zugeschaut. Spielst du mit dem Controller? Nein, warum? Sieht so aus. Ach ja, komm, das lacht. Egal. Deswegen sind es raus, oder? Ne. Oh mein Gott, die gehen beide raus? Ja. Was? Na, was sollen sie machen? Der campt ja eh. Ja, was sollen sie machen? Weggehen und woanders heilen und dann auch mal probieren. Wir probieren es auch immer. Hahaha. Gehen die einfach raus. Ne. Ne, das hätte ich nicht gemacht. Außer es geht natürlich. Aber die wurden ja nicht verfolgt. Du wurdest ja verfolgt, weißt du? Naja. Ja. Ja, das war jetzt... Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass das mein bestes Let's Play war. Aber, äh, das war jetzt nicht stark von denen. Die Mädchen. Also wirklich, was soll das denn? Also, die gehen die einfach raus. Warte. Jetzt ist das wie toll in ihrem Element. Äh, wobei es kann stimmen, es hat ja bei mir auch gelackt. Ne, wer weiß das schon, ne? Ja, aber wobei, ich bin auch der Meinung, also ich bei guten Spielern, äh, auch wenn ich mit anderen Spielern spiele, auch mit dir oder mit, äh, Deko zusammen, da ist es immer so, dass, ähm, dass man sich nicht am Ausgangstor heilt. Außer es geht natürlich nicht anders, wenn du wirst verfolgt oder so, ne? Aber du gehst am besten woanders hin, dann heilst du dich und dann gehst du ihn nochmal retten oder versuchst irgendwas. Ja, aber Jasmin wurde einfach im Stich gelassen. Und geschlagen. Und geschlagen wurde es auch noch. Ja, es hätte, äh, durchaus besser sein können. Werden. Gehen. Ich überleg ja gerade, welcher, welcher Survivor, äh, wird, ähm, wenigstens verfolgt und gejagt und gefüllt. Definitiv nicht Claudette. Ich hab mir schon das Gefühl, die, man mag Claudette sehr gern, weil die so dunkel sind. Ja, ja, ja. Ist ja auch so, wenn ich Kinder spiele, dann... Ja. Warte mal, wen könnte ich denn spielen? Ich muss einen männlichen spielen. Ich glaub, der Jake, oder? Ist der Jake beliebt? Ich weiß es nicht. Der Jake? Boah. Keine Ahnung. Ich hab mit Jake einfach noch gar nichts, glaub ich. Warte mal. Mit Jake bin ich... Ach, Quentin. Wo ist denn Jake? Hier. Level 30? Ach, das ist wahrscheinlich wegen den Perks mehr auch nicht. Ich glaub, Mac, Mac ist schon beliebt, oder? Mac? Ja. Ja, aber sie wird jetzt, also, beliebt im Sinne von, man mag sie. Man behandelt sie, denk ich mal, einfach normal. Und nicht wie so ein Stück Kacke. Gut. Also... Denk ich mir jetzt. Aber wer weiß das schon. An welchem Spiel denn überhaupt? Achso, Mac, Mac, Mac. Ähm... Okay, mit zwei Dudes. Einer aus Italien und der andere, man weiß es nicht. Oh. Mh, 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 mh. 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 Oh. Oh, das versüßt mir das Spiel. Scherher, heute ist nicht mein Dudes. Pass auf, dann hat das auch wieder ein grünes. Ja, ja, genau. Dann bist du die Erste. Mh. Hoffentlich nicht. Ich prall alles. Nein, ich möchte jetzt nicht verfolgt werden. Nein, möchte ich nicht. Egal. Ich geb die Hoffnung aber nicht auf. Okay. Also wenn es Maya ist, naja. Dann möchtest du gerne getötet werden, oder was? Ja. Wobei, du spielst, du spielst nicht Lori, ne? Naja, stimmt. Aber vielleicht mag derjenige ja auch gar nicht die Lori. Das kann durchaus sein. Oh. Wen seh ich denn da? Ja, ich hab extra das Tuch genommen. Uh. Maggilei. Hallo. 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 Oh, hallo. Hallo. Oh, geil. Die Nurse. Ein Traum. Okay, wir sollten vielleicht die, äh... Hier. Wohin denn? Hier lang kommen wir gehen. Hier lang. Wir sollten die Generatoren vielleicht durchziehen. Oh, hier lag das so... Also es ist nicht flüssig. Aha. Herrlich. Ach, nö. Herrlich. Okay, wir machen uns alle auf die Suche. Wow. Ja, mir rennt die jetzt wieder hinterher, oder was? Ach, fick dich doch. Ne, sie laufen mir hinterher. Wie war das nochmal mit der Clourette? Eins mit der Natur, meine Liebe. Sie hat mich verloren. Die hat bestimmt ein Tuch mit, oder? Oh, Gott. Machst du erstmal Knalle, hat hier ein Totem. Ich verstecke mich hier und die macht erstmal Knalle, hat hier ein Totem. Glaubst du dich nicht gesehen? Jetzt renne ich zurück. Ja, 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 ja. Oh! Oh! War gut. Ich klau dir jetzt... Oh, was? Wie schnell hat der denn das... Wahrscheinlich... Jetzt klau ich dir erstmal das Totem, ne? So wie es sich gehört für eine Polin. Oh, du Arsch. Gut. Hallo. Das ist mein Totem jetzt. Pass auf, gleich ist es kaputt. Ich... Ich sag dir wann. Tada! Nee, das glaub ich nicht so gut. Aber ich sag lieber nicht. Ja, ich... Aber diese Befürchtung hatte ich auch schon... Oh, nice. Beziehungsweise... Das Gefühl hatte ich auch schon, sonst hätte sie es schon längst einen bekommen. Oh, jetzt kommt die schon wieder hier hin, oder wat? Oder wat? Was ist hier los? Vielleicht... Ja, ich kann die Momentumori an... 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 Meg... Ausprobieren. Nein. Nein! Ich möchte nicht. Manno, die soll mich jetzt bitte in Ruhe lassen. Ich will doch nur kackt Generator machen. Ich will doch nur spielen. Oh, 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 oh... Nurse, ich tu doch nichts. Nurse, ich tu doch nichts. Du dich... Ey, die rennen mir aber hinterher. Du musst hier... Du musst hier, äh, ein Ständchen singen. Du stinkst wie eine Kuh aus einem Marsch. Du bist so wunderschön. Du riechst wie ein Furz. Oh, fuck. Das war eventuell ein bisschen zu früh. Das ist mir schon mal passiert mit dem Karibalen. Weißt du, in dem Video? Da bin ich auch in einem Schrank gewesen. Da bin ich auch zu früh rausgesprungen. Okay, Entscheidungsschalt. Okay, okay. Toi, 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 toi. Ich muss erst noch fickeln. Ach, scheiße, ich schaffe es nicht. Er kam noch nicht. Fickeln musst du? Fickeln. Guck mal, ich komme ganz gemacht zu dir. Hallo, ich will nicht. Nein, hör auf. Hör auf. Stopp. Aus. Jasmin, aus. Aus, Jasmin. Aus. Okay. Da fühlst du dich wieder zu befreien, ah. Hör mal, das ist ein... Jasmin? Alter, Jasmin. Du kleine... Oh, what? Ich kann das Ding, als Nurse kann ich dich nicht beschützen, mit der Nurse. Also, im Rücken. Die wird dich so fokussen. Weg da, Leute. Ich bin Arzt. Nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Ja, sie will mich. Oh, nice. Dann kann ich mich schnell halten. Nein, sie will mich nicht. Oh, nein. Nein, sie will mich nicht. Jetzt, Mori, pass auf. Oh. Warte, ich will es sehen, ich will es sehen. Ich will es sehen. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Oh, du bist weg. Okay. Mhm. Oh, sie streichelt... Jetzt streichelt sie dein Gesicht. Jetzt streichelt sie dein Gesicht. Sie wollte mich gerne ganz hart dran nehmen. Ja, ja. Hat sie auch geschafft. Oh. Kannst du mir sagen, ob sie Nurse Calling hat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Nurse Calling hat. Sie hat Thanatophobia. Ja, ein wunderschönes Wort. Der Ruf einer Krankenschwester, Pirscher, Fluorin und ein grünes Memento Mori. Nein, wirklich. Pass auf, jetzt sagst du grünes und dann ist es ein rotes, wie immer. Ich weiß noch nicht ganz genau, Vertrauen und so. Wegen Memento Mori ist bei mir so ein bisschen kaputt. Wie blöd wäre ich das jetzt nochmal machen würde. Das wäre ja blöd. Das wäre ja blöd. Nein, nein, nein. Das wäre gar nicht blöd, weil ich dir das trotzdem glauben würde und dann wieder reinfallen würde. Okay. Egal. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Ein grünes oder ein gelbes? Nein, gelbes geht ja gar nicht. Stimmt. Das geht nicht, aber grünes. Außer es wäre ein Bug. Immer ich. Immer ich. So typisch. Du bist halt eine wunderschöne Frau. Na, wow. Es sind zwei Generatoren und ich muss erstmal einen Toten kaputt machen. Punkte. Ja, ich brauche, ich will ehrlich gesagt näher weiter Prestigen oder den Mayas. Oh ja, Mayas. Ja, ich finde es... Okay. Würden wir ja nach Jasmin gehen, dann wäre das jetzt schon klar. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Direkt Mayas nehmen. Oder hinten war sie. Oh Gott, geht das langsam. Wer Mayas spielen kann, ist Profi in der Drei-Seite. Achso. Und die Jägerin natürlich auch, weil Jägerin ist genauso schwer. Weil die sind beide ziemlich langsam und es hat Nachteile. Deswegen sind die beiden Killer für mich die schwierigsten. Und wer die beherrscht, der ist ein richtiger Pro-Gamer. Das hast du gut gesagt. Also ich finde, ich finde aber doch die Nurse schwierig zu handhaben. Wobei... Naja, finde ich die Jägerin wirklich schwieriger. Du kannst sie ja spielen. Aber jetzt ist für mich, wenn ich Anfänger wäre und könnte mir drei von den Kindern aussuchen, fände ich trotzdem, glaube ich, noch die Jägerin am schwierigsten. Weil du da noch zielen musst. Und bei der Nurse, du brauchst sie ja nur teleportieren. Ich finde tatsächlich, ich finde Mayas echt schwierig auch. Weil der Mayas, der da... Und der Doktor auch, das sind so zwei Killer. Die brauchen unglaublich viel Zeit, bis du mal jemanden erwischst. Wobei, beim Doktor kannst du einfach so die Waffe wechseln. Aber bei Mayas, wenn du mal wirklich reinhauen möchtest, dann brauchst du, äh... Prestige... Jaa, natürlich hat sie ein grünes Toten. Jaa, aber sicher. Ja, Jasmin. Es ist aber ein schön grün. Das ist ja toll. Frohe Weihnachten. Ja, ne? Guck mal. Ist ja verrückt. Es war mir so klar... Also mir war doch schon klar, dass du mir eh nicht glaubst, dass ich... Ne, das war einfach... Ist schon zu oft passiert. Ist schon zu oft passiert. Ich muss mal die Folgen reinnehmen oder so zusammenschneiden, wo es ganz am Anfang noch so war. Wo ich noch der festen Überzeugung war, dass du mich nicht anlügst. Wo allerdings genau das passiert ist. Entschuldigung. Alles gut. Davon schluck ich mich schon fast. Aber nötig hat sie nicht, oder? Ähm... Ne, du hattest... Du hattest nicht gesagt... Also ich meine mich daran zu erinnern... Ne, ne. Tanaphobia, einer Krankenschwester, Pirscher und Fluquen. Okay. Ja. Okay. Weil nötig wäre jetzt ein bisschen unnötig gewesen. Reimt sich sogar. Nötig wäre... Unnötig. Aber grün, ne? Ich wusste schon, als du es... Weiß nicht, du hast es in einem Ton gesagt. Das weiß ich mittlerweile. Ne. Ne. Ne, das kann so nicht stimmen. Oh, 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 oh. Was denn? Der hat den. Der hat den. Gleich. Ich hab kein Borrowtime mehr. Das ist unschön. Ist der blöd? Der ist blöd. Sie kämmt aber, ne? Ja, der hat mich ja auch dreck getunnelt, die blöde Kuh. Hm. Ich hab keinen Borrowtime mehr. Hm, was machst du jetzt? Hilfst du ihn oder denkst du an dich? Nein, nein, nein. Ich denk niemals an mich. Helfer-Syndrom lässt du ihn. Es ist immer so. Fuck, wo ist sie? Herr im Himmel! Okay, erhalte dich. Jetzt guck ich mal bei dir. Hat die, ne, Geflüster hat die ja nicht drin. Ich liebe städtische Invasion. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh. 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 Sis! Wir müssen mal einfach mal knallern den Generator hier weiter. Ich glaub, die denkt, ich bin an einem anderen Generator, wo ich vorhin war. Der Dave ist auch geheilt. Versteckt ist die ganze Zeit hinterm Baum. Hm. Was macht der denn? Der macht einfach nichts. Ja, der hat wahrscheinlich Angst. Tschüss, ne? Ich guck mal bei dir. Die hat mich nicht gesehen. Ich hoffe mal, der, der andere Typ, der Jude, der macht noch was. Ich denke mal, die sucht jetzt die ganze Zeit nach mir. Und ich schätze mal, sie wird jetzt zum anderen. Ich glaub nicht, dass sie hierhin kommen wird. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ach, ich schau mal. Oh, was der Dave macht. Na, der hoppt da immer noch in der Nähe von Zeppelin. Das läuft also ganz gemütlich. Hm. Jetzt ist er im Zeppelin. Jetzt ist die Nerse aber da. Jetzt war er wieder ab. Jetzt geht er da wieder hin. Ja, ich glaub, der, äh, ja, sie möchte den Generator da beschützen. Wie ist denn, glaub ich, geht sie zum anderen Generator? Ja, ihr seid fast beide gleich, ne, mit dem Generator. Hm. Das ist nur die Frage, wo sie... Ich glaub, sie geht wieder zurück zum... Hier war sie noch nicht. Ich glaub, den wird sie jetzt erst mal vergessen. Den hab ich jetzt aber gefunden. Huh, schon ein bisschen aufregend hier, ne? So. So. Steff gar noch, wenn man nicht probiert, oder nicht? Hoffentlich nicht. So eine Tasse Ballian-Tee wär jetzt nicht schlecht. Wird ich jetzt nicht nein zu sagen? Oh, scheiße. Der ist gleich tot. Der ist tot. Der ist tot. Wow, das war aber gut zum Leben. Die Drehung. Und? Und? Wow, das war mega knapp. Wo sind die gerade? Am Ausgang. Blechhütte fast. Okay. Ja, jetzt Blechhütte. Oh, ich seh ihn. Hä, ich hab ihn noch grad gesehen. Der ist jetzt ganz hinten an der Mauer. Oh, shit. Oh, shit. Halt dich erst mal. Ich hab' ich mal gemacht. Ne Kiste auf, ne? Ja, ja, Zeit. Wir haben ja Zeit. Oh, ja, 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 ja. Den einen Generator hat sie gar nicht... ...angeguckt. Ne. Okay, er ist geheilt. Ja, sie pimmelt hier immer noch rum. Dabei hat die nicht mal geflüstert. Das ist das Komische. Ja, sie hat ihn aber, glaube ich, bis hierhin verfolgt. Kann sie mal bitte zum anderen Ausgang gehen? Ach, hallo. Ja, Junge, renn doch nicht. Rennen die denn alle immer hier so wie bescheuert? Ja, der denkt dir auch schnell raus hier. Schnell, schnell. Ich renne jetzt auch. Sagt sie und fängt auch an zu rennen. Entschuldigung. Boah, wie langsam der einfach läuft. Wieso? Äh, der geht in meine Hocke, dann läuft der nochmal, dann geht der wieder zurück. Jetzt geht doch einfach zum Ausgang und legt ihn einfach auf. Ja, gut, aber ich kann jetzt irgendwo verstehen. Wenn sie ihn jetzt noch einmal trifft, dann ist er tot, ne? Okay, jetzt haut er ab. Oh, oh. Hatte sie ihn gefunden? Hm. So, ich bin in einem Ausgang. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, mich hat die Nurse nicht einmal gesehen. Doch, ganz am... Boah, was habe ich eigentlich für eine hässliche Brille an? Herr im Himmel. Wirklich. Schön. Schön ist anders. Boah, warum geht denn hier ab und zu einem anderen Ausgang, ey? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kannst du... Der ist tot auf jeden Fall. Der will noch im Moment umhören. 100 Prozent. Ganz klar. Das wird nichts mit ihm. Ist vorbei. Oha, der ist ja komplett auf der anderen Seite. Oh, jetzt lässt die den liegen, weil die auch dich haben möchte. Oh. Herr, herrlich. Toll. Grandios. Ich würde rausgehen. Nein, kennst mich doch. Oder mach den Ausgang da hinten auf. Ja. Oh, hallo. Und dann kann er rauskrabbeln. Das Ding ist, sie wird mich hier wahrscheinlich sehen, wenn ich jetzt hier stehe. Hat sie halb... Nee, halb türkisch hat sie nicht mit. Äh, äh. Der hat sich aber noch nicht hochgeheilt, oder? Äh, äh. Der krabbelt weg. Ich glaube, du sollst raus. Der soll sich noch hochheilen. Nee, nee, der krabbelt die ganze Zeit zur Nürze. Jetzt krabbelt der mit dem Ausgang. Das Tor ist auf, mein Freund. Ach, die steht da die ganze Zeit? Mhm. Pimmelt da die ganze Zeit bei dem rum. Jetzt ist die auch in der Blechhütte, die Nürze. Oh, geil. Gut, aber kannst du mir sagen, ob er aufgeladen ist, sag ich mal? Nein. Ja, aber dann bringt es auch nichts. Da kriege ich dich nicht geheilt. Also, geh raus. Du kannst nichts machen. Wird der gerettet, wenn der gerettet werden wollen würde, hätte er erstens, hätte der das gemacht und zweitens wäre der jetzt in Richtung Ausgang gegangen. Ich probiere es trotzdem. Ich finde, sowas finde ich immer super spannend. Mal gucken, wer gewinnt. Wo ist die? Hey, ich drück euch die Daumen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die kommt in deine Richtung? Ja. Wow. Wow. Wow, ist sie langweilig. Okay. Alles klar. Er wird getötet. Und ich habe alles aufgenommen. Ja, oh Gott, aber wirklich, dass sie jetzt so lange gebraucht hat. Adios. Also, schnell. Ja, also, sobald hätte er sich jetzt auf, also hochgeladen, also hochgehielt, dann hätten wir das noch irgendwie geschafft, aber so. Oh, ja, tut mir leid, ich hätte ihm gerne geholfen. Ich hätte ihm wirklich gerne geholfen. Ja, du hast das Beste versucht. Mehr kannst du nicht machen. Ja. Fug ich mir nochmal an. Das ist wirklich so. Oh, der Typ kriegt erstmal hier einen Daumen runter. Ja, das war ja mega langweilig von ihm, das Spiel, finde ich. Also, schön ist anders. Ach, guck mal, der hatte wirklich ein nagelneues Teil. Habe ich schon gewundert, warum wir den ersten Generator so schnell gemacht haben. Das ist verrückt. Meine Güte. Okay, meine Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.